was geht ab youtube und herzlich willkommen zum allerersten video von mir hier auf dem kanal von german united und ja jungs ich bin der passi bin 21 jahre alt und ich bin der commentator für das team uk ich stelle euch heute mein team ein bisschen vor und zwar sind wir alle zwischen 15 und 21 jahre alt somit bin ich dann der älteste aus dem clan und ja jungs wir sind mittlerweile 23 member also eine ziemlich große anzahl kann man doch schon sagen und ja jungs zu unserer youtube laufbahn wir sind wir hatten schon mal knapp 1,3k abos haben dann uns aber gedacht aufgrund von inaktivität dass wir doch wieder mal neustart wagen denn dementsprechend sind natürlich auch die videozahlen ein bisschen runter gegangen und das wollten wir uns dann doch nicht antun da wollten wir dann lieber neustart machen mit aktiven abonnenten wo wir dann auch aktive views haben naja wisst ihr bescheid und ja jungs was ihr von uns auf unserem kanal sehen werdet ist unter anderem ein paar cw's ein paar challenges ein paar ganz normale kommentaris ein paar real life stories einfach alles drum und dran was ihr euch wirklich so in der youtube szene aktuell vorstellen könnt das seht ihr auf unserem kanal deswegen schaut doch einfach mal vorbei der link dazu ist in der video beschreibung ja jungs und dazu solltet ihr auch noch mal sagen wir haben auch ein paar rekordhalter bei uns im team zum beispiel haben wir da die real pains den kennt ihr bestimmt einige von euch der hat ja den ein team deathmatch weltrekord damals gehabt mit den 73 kills in team deathmatch mit non lethal streaks das video dazu ist auf meinem kanal passi g könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen und euch geben das ist definitiv lohnenswert ja jungs dazu sollte ich dann aber noch sagen und zwar haben wir auch uns gedacht dass wir auch ein paar ja sagen wir es mal selbst ausgedachten content bringen werden das haben wir vor da kommt später noch mehr zu also bleibt auf jeden fall aktiv und schaut mal wirklich vorbei das lohnt sich echt und ja jungs wir werden uns natürlich dann auch bemühen so aktiv wie möglich zu sein und upload zu bringen heißt also wir bringen immer mindestens zweimal die woche ein nein nicht zweimal die woche doch zweimal die woche ein video da war ich jetzt immer ein bisschen confused meine freunde gerade erst aufgestanden noch kein kv gehabt das ist nicht gut das ist echt nicht gut ja jungs im hintergrund habe ich ganz vergessen im hintergrund seht ihr nämlich in den 46er gunstreak mit der mp40 im team deathmatch in advance warfall das zockt ja heute teile gar keiner mehr das war ja damals nicht so wirklich der brille habe ich auch persönlich selber gar nicht gezeugt ich weiß gar nicht was da abgeht sieht auf jeden fall für mich relativ ja doof aus ist nicht mehr das call of the tv ist da mal wahr ja jungs früher war sowieso alles besser da kann man sich nur beklagen und ja wie gesagt jungs jetzt kommt ja bald auch das neue advance warfall da bin ich mal echt gespannt wie das aussieht und ja jungs wie ihr ja jungs das gameplay neigt sich langsam den ende zu ihr wisst schon ich brauche unbedingt mein kaffee deswegen würde ich dann auch einfach mal sagen checkt einfach mal in der video beschreibung unseren kanal ab würde mich echt freuen gut jungs das war es dann soweit von mir haut rein euer passi g